. Ich bin endlich wieder zu Hause. Es fühlt sich gut an. Der beste Mann auf diesem Verein. Der beste Spieler. Ich bin glücklich, dass ich diesen Mann auf dieser Mannschaft habe. Ich bin heute Fröger Musik Man muss das so sagen, in Barcelona haben wir alle absolute Geschichte geschrieben, dass er abgegangen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.